Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Kingdoms and Castles, ich grüße euch. So, okay, wir haben deutlich mehr Betten mittlerweile, aber unsere 44 Bauaufträge, die hier laufen, fordern uns quasi alles ab. Und das ist aber auch in Ordnung, warum haben wir die, warte mal, hier ist nix. So, jetzt aber. Ja, deswegen darf hier keine Straße mehr rein. Ja, ein bisschen schwimmen gehen sie schon. Warum ist das? Sieben kostet eins, okay. Ja genau, und dann werden wir das so machen, dass wir das bis hier machen und hier rüber gehen, geradezu und hier kommt ein Tor rein. Und dann gehen wir hier wieder zurück. Und dann müssen wir halt hier einzelne Türme bauen. Das ist halt dann die Küstenlinie. Ja. Ob das so günstig ist, weiß ich nicht, aber hier kann man zum Beispiel einen Turm hinsetzen, hier könnte man einen Turm hinsetzen. Wir sollten die Burg so schnell, es geht verstärken. Ja. Dann machen wir das jetzt. Wir sollten auf jeden Fall da durchaus noch ein bisschen mehr ranhauen, nicht bauen, sondern hauen. Und zwar der nächste Turm kommt dann hier drauf. Vielleicht auch mal zwischendurch eine Turmballiste oder sowas. Genau, weil dann haben wir nämlich von einem Turm zum nächsten nie mehr als eins Abstand und das passt nämlich auch. Die Turmballiste kostet 35 Holz. Wir sind sehr, sehr schnell unterwegs, das ist in Ordnung. Hier könnte man auch zum Beispiel hier noch eine Turmballiste drauf bauen. Weiß ich aber noch nicht, ob ich das will. Aber hier kommt auf jeden Fall nochmal eine hin. Gut. So. Wie gesagt, ich will halt möglichst schauen, dass wir rumkommen. Hier noch ein Tor reinbauen vielleicht. Oder hier gehen wir hier durch. Ich weiß es noch nicht. Ja, zerpflücken wir halt dem voll sein Forstgebiet. Aber gut, das ist halt jetzt so. Ich finde das auch nicht unbedingt hübsch gerade mit der Verteidigung. Aber ich weiß, dass die Ekinger gleich da sind. Und das heißt, wir müssen jetzt irgendwas tun. Wirklich schnell hier tatsächlich irgendwie zu bekommen. Und dann kommt hier nochmal ein Tor rein. Brauchen wir 15 Holz für. Wilder Vorbereitung. Wie gesagt, zur 7 ist unser Ziel. Und recht viel mehr werden wir auch tatsächlich wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen. Also ganz rum werden wir es nicht bekommen. Das heißt, ich werde mich jetzt mit dem Holz stur auf die Bogenschießtürme konzentrieren. Eventuell dann noch irgendwo eine Balliste. Noch ein Händler ist gekommen. Okay. Ob der weiß, was er tut? Vickinger greifen an. Die kommen mit zwei Schiffen diesmal. Oh, 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 oh. Zwei Schiffe, meine Freunde. Die werden diese Flanke kriegen. Ich denke mal, es wird durchaus sinnig sein, hier nochmal einen zweiten Turm drauf zu schnipfen. Ja, genau. Die Bogenschützen werden wir nach oben packen. Über die Bauarbeiter. Mal gucken, wo sie kommen. Die kommen von der Seite. Okay. Das heißt, hier müssten wir fast was tun noch. So. Da sind sie. Turmballiste. Benötigt Waffenkammer. Nein. Okay. Wir brauchen eine Waffenkammer, meine Lieben. Sonst geht da nichts. Militär. Vickinger könnten uns jederzeit überfallen. Oh, die Köpfe. Oh, die schießen auf uns. Aber die kriegen permanent hier, wenn sie durchkommen. Oh, die haben das kaputt gemacht. Die machen die ganzen Türme kaputt. Alter, Schwede. Und deswegen, meine Lieben, baut man an solchen Eckstellen dann Steine auf. Ich meine, jetzt haben wir wieder zwei Jahre bis zum nächsten Drachenangriff. Kann man lassen, ne? Die Balliste könnten wir hier oben auch aufstellen. Ja, da hat er einen Riesenradius. Wenn wir die hier oben drauf packen würden, können wir die hier aufs Dach darstellen? Nein. Hier jetzt sind natürlich mördermäßig große Radius, aber gut. So. Wir brauchen mehr Steine. Dann würde ich vorschlagen, dass wir hier dieses Wissen nutzen, vor allem mit der Balliste hier auf den großen Turm und auf die äußeren Türme dann Bogenschützen aufklatschen. Aber das machen wir jetzt erstmal noch anders und zwar die Bogenschützen. Da. 16 Stück an der Zahl haben wir in unserer Siedlung. Die kommen jetzt erstmal runter und verteilen sich jetzt erstmal auf die ganze Stadt. Damit hier nämlich wieder was weitergehen kann. Haben wir hier noch mehr kaputtes? Ja, hier. Wir haben jetzt ziemlich reingeholzt. Das bauen wir jetzt halt nach und nach wieder auf. Wir haben noch niemand untätigen, fällt mir gerade so auf. Ich bräuchte auch nochmal sicherheitshalber nochmal ein Häuschen. Okay. Passt denen alles noch? Ja, denen passt sogar alles noch. Und unser Schloss hat sich erweitert. Fällt mir gerade so mal siedend heiß auf. Sollten aber auch durchaus mal überlegen, ob wir vielleicht einen größeren Getreidespeicher mal unten irgendwie in die Richtung bauen sollten. Vielleicht hier unten mal hin. Hier so. Einen großen Getreidespeicher. Könnte praktisch werden. 30 Stein ist allerdings eine ordentliche Ausnummer. Und wir haben eine Waffenkammer haben wir ja auch gestartet. Damit ist die Balliste in greifbare Nähe gerückt. Dachhalsicht. Warte mal kurz. Wo ist der Drache? Der kommt von hier unten? Tatsächlich. Da haben wir noch Türme. Sind unsere Leute. Unsere Balliste. Oh Mann. Unsere Türme sind nicht bewacht. Noch die. Aber wir kriegen die nicht. Wir erwischen die nicht. Ah. Komm schon. Nein. Okay. Wir packen die Bogenschüsse weg. Sogar noch unter den Festplaner. Wir haben eh kein Geld, um die Jungs und Mädels zu bezahlen. Alter Schwede. Das ist bitter. Ich erhöhe die Steuern auf 2. Wir können sie nicht anders halten. Das ist bitter. Und genau deswegen brauchen wir hier Steintürme. Wir halten einfach ein ganzes Eck länger. Weil sowas ist natürlich echt mördermäßig bitter. Händler ist eingetroffen. Das ist sehr praktisch. Können wir noch mehr verkaufen? Die haben doch bestimmt gleich wieder was dabei. Gehen wir uns auch noch mal mindestens ein Turm hin. Ach das geht parallel. Ach das ist ja praktisch. Ihr will aber kein. Dafür gibt es uns einen schlechten Preis für Holz zum Beispiel. Der Rest hat einen guten Preis. Würde aber auch Eisen verkaufen. Wir haben aber gut Eisen. Und nämlich interessiert nur der Preis aktuell für tatsächlich für Getreide. Hier wird alles mögliche eingelagert, stelle ich gerade fest. Auch große Lagerfläche im Übrigen. So, also unsere Feldern wächst mehr Nahrung. Förster haben viel produziert. Aha, dieser Drache wird es sich zweimal überlegen. Diesen Weg nochmal einschlägt. Ja, er kommt aber wieder. Das ist schwierig. So. Schöpfrad. Aquädukte? No. Ein Markt. Ja, geil. Dann können wir endlich mal hier so einen Markt reinbauen. Dann müssen die nicht immer hochlatschen, sondern die Leute vom Markt holen das. Oh, mega gut. Okay. Dann jetzt folgendes. Ähm. Wir haben natürlich jetzt kaum Stein, ne? Weil wir immer noch unser... Wir krebsen immer noch ein bisschen daran rum, hier einen Außenposten auch hier drüben zu bauen. Das wäre natürlich ein mega befestigter Außenposten. Und dann könnte man mit einem Hafen hier, könnten wir dann halt hier auch mega viel Stein abwirtschaften. Und das mit dem Transportschiff dann rüberschaffen, das gar nicht mehr so schlimm teuer ist. Aber 250... Achso, der Händler ist weg, ne? Ja, also die wichtigste Aufgabe ist jetzt erstmal hier unten einen großen Getreidespeicher einzurichten. Der sollte uns erstmal eine Zeit lang über Wasser halten. Wie schaut's da aus? 37 Nahrung produzieren wir im Überschuss. Wir brauchen einfach nur Steine. Und Steinlager ist, glaube ich, so eine Sache, die wäre für uns nochmal interessant. Weil wir produzieren nämlich gerade so viel Holz, dass ich gar nicht weiß, wohin damit. Selbst... Also... Ich weiß wirklich nicht, wohin damit. Ich mach mal zwei aus. Oder wir reißen vielleicht mal den ab und machen den an oder so. So vielleicht. Ja. Ähm. Jetzt könnte man auch eine Turmballiste mal bauen. Hier so. Warum nicht? Das war auf so einem Ding natürlich ein bisschen verloren, aber naja. Oh, hier ist auch offen. Müssen wir mal reparieren. Dringend. Gut. Okay. Dann brauchen wir. Also was wir wirklich brauchen, ist auf jeden Fall ein großes Lager auch nochmal. Eine Felsentfernung, ja. Ein Schmied, ja. Haben wir nicht einen Schmied mal irgendwann hergestellt? Da ist einer. Ne, das ist ein Maurer. Hat er aufgerissen? Ah, der hat es repariert. Ja, geil. Ja. Wir haben auf jeden Fall zu viel Holz. Das ist eindeutig klar. 30 Steine sollten wir jetzt wieder weglagern. Und ich glaube, das größte Problem ist nichts einfach daran. Dann machen wir hier mal 0 rein. 0, 0, 0, 0. Hier kommt wirklich nur Stein rein. Und dann können wir nämlich auch den Stein mal super schnell wegarbeiten. Und dann haben wir das nämlich das Problem hier nicht, dass wir ständig einen Steinmangel kriegen. Dann haben wir ein Lager da oben nur für Stein offen. Dann könnte man das eigentlich auch so machen, folgendermaßen. Pass auf. Dann machen wir da hier auch kein Holz hin, kein Stein, kein Eisen. 0, 0, 0. Und da machen wir nur rein Stein und Kohle. So, dann kommt nämlich das, haben wir das mit dem Holz nämlich mal ein bisschen auf die Pfanne. So, und dann bauen wir jetzt hier unsere Versorgung her. Und die Kirche, die bleibt im Dorf, hoffe ich. So. Oh, 2, 4. Entschuldigung. So, dann kommt hier nochmal ein Wohnhaus hin. Gut. Gut. Ja. Ja, jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. Wir bräuchten eigentlich, müssten wir jetzt Richtung Außenposten mal überlegen, aber 200 Stein ist halt viel, ne? Ja, jetzt bauen wir nochmal das Ding hier oben auf. Und hier sollten wir eigentlich auch noch eins hinstecken. So. Dann kriegen wir hier vielleicht ein bisschen mehr Ruhe rein. Gut. Mehr Stein gebe ich jetzt gerade erstmal nicht aus. Sechs Jahre bis zum Doppelangriff. Das wird uns auch nochmal ein bisschen bearbeiten. Hier kommt auf jeden Fall auch nochmal ein Geschützturm drauf. Wir müssen uns jetzt richtig einigeln, habe ich so das Gefühl. Was ist denn das? Bogenschützturm. Schießkunstmeister. Militärausbildung. Hier, das ist Militärausbildung, oder? Okay. Unsere Steuern machen das eigentlich ganz gut, soweit. Okay. Hier haben wir einen richtig schönen Radius auch, ne? Ist ja toll. Ich wollte aber noch ein großes Lager eigentlich hier unten hinbauen. Hier so vielleicht. Hier so. Ja, hier. Ne. Ja, ne. Hier. Okay, dann. Großes Lager. Marsch. So. Dann können wir nämlich sogar zwei hinpacken. Dann könnte man hier deutlich mehr weglagern. Wir haben immer noch niemanden untätig. Oh, die Zufriedenheit sinkt uns gerade weg. Infektion haben wir. Achso, wir heilen ja auch tatsächlich die Leute sofort wieder. Ja. So, wir kaufen von dir, also erst mal verkaufen wir 33 davon, 40 davon. Dann kaufe ich von dir 11 davon. Und verkaufe... Und verkaufe... Blub, 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 blub. Nix mehr. So. Dann bauen wir. Einen Maurer haben wir. Ich würde gerne den Schmied noch bauen. Dann hätten wir hier unten auch noch einen Schmied im Angebot. Dann hätten wir hier vielleicht eine etwas halbwegs passende Situation. Dann könnten wir nämlich auch unsere Waffen, glaube ich, herstellen, oder? Und daraus Rüstungen oder Werkzeuge. Jo. Da sind wir daheim. Nahrung wird langsam ein bisschen weniger. 50 Stein. Genau. Und dann die nächsten Jahre verbringen wir quasi nur noch damit, Mauern auf nochmal zwei Ebenen hochzubringen. Und dann zu verstärken. Ja. Hier, wie gesagt, die Balliste, die sollte uns ja erstmal ein bisschen schützen. Alles, was dazwischen ist, sollte man natürlich hier angucken, ob man vielleicht nochmal hier einen Turm hinbaut. Hier so. Nein, ich baue jetzt keinen. Erst kommt die Schmiede. Dann bauen wir halt hier die Schmiede hin. Ist okay. So. Und jetzt können wir alles in Türme investieren, was wir wollen. Und kommt hier... Ey, ganz ehrlich. Hier kommt hundertprozentig einer hin. Ein ganz hoher. Weil da kann ich nicht anders. Ich komme nur von der Seite an. Das Ding liegt einfach blöd. Ja. 15 Stein brauchten wir für eine Ebene. Das sollten wir aber auch hinbekommen. Wie schaut's aus? Das ist unser Steinlager. Jo. Und der ist unser Mischlager. Der soll beides haben. Aber nachdem wir jetzt holzmäßig... Ähm... Ja. Das wird jetzt alles umgelagert werden in das Ding hier. Weil da sind wirklich 900 Ressourcen frei. Und auch bei einer Belagerungssituation hätten wir hier genug Kapazitäten. Und da laden die jetzt alles, was überschüssig irgendwo rumgammelt quasi, lagern die jetzt hier ein. Und damit können wir nämlich auch viel, viel mehr zwischenlagern. Und vor allen Dingen von hier aus kann es natürlich auch genommen werden für unsere Gemeinde. Jetzt werden die Lagerstände so innerhalb der Stadt, werden die hin und her geschachert. Gut. Den Schmied haben wir auch gleich. Dann haben wir das Problem schon mal. Dann könnten wir hier einen Markt herbauen. Oder vielleicht hier. Hier wäre ein Markt cool irgendwie. Dann können die Leute sich hier versorgen. Und können sich halt ihre Sachen von da aus mitnehmen. So. So. Hier haben wir dann auch noch Zugriff auf alles. So. Wir haben jetzt schon angefangen die ersten Teile mit Stein zu bauen. Das kostet aber auch sehr, sehr viel. Und Stein Upgrade ist nicht billig. So. Dann fangen wir jetzt an mit den Randtürmen. Vor allem der Turm ist strategisch absolut bedeutsam. Guck mal. Die haben die ersten Leute. Die sind frei. Wir schalten mal die Bogenschützen aus. Und rekrutieren mal einen Helden. Weil zwei Jahre ist nicht mehr viel. So. Weil ich brauche gerade das Geld einfach schlicht und ergreifend. So. Hier brauchen wir zwei. Noch mindestens zwei hoch. Jetzt sind wir elf untätige Leute hier rumsitzen. Die können hier halt supporten. Ich denke mal, das machen sie auch. Wenn sie untätig sind. Dann werden die hier tragende... Uh. Tragende Arbeiten. Ja, ja, ja. Kommt schon. Ja, Gott sei Dank. Hui. Genau. Weil die hier sind so viele Leute auch gerade unterwegs. Das ist Wahnsinn. Gut. Jetzt könnten wir überlegen, ob wir dann das umändern irgendwie. Oh. Händler ist eingetroffen. Okay. Was hast du im Angebot? Also erstmal verkaufen. 30. Kaufen. 16. Ist das weg? So. Jetzt haben wir 600 Gold. Dann bauen wir das jetzt nochmal mindestens eine Ebene höher. Oder aber zwei. Zwei ist auch gut. Was machst du jetzt? Wartende Soldaten. Ach, das ist nur ein Held. Oh. Okay. Ein Jahr, dann wird es ärgerlich. Weißt du ja, die Wikinger könnten uns jederzeit überfallen. Ja, ich weiß. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall noch ran klopfen. Hier kommt die Balliste drauf. Und hier kommt dann jeweils links und rechts noch ein Bogenschütze drauf. Zehn Arbeiter. Okay, hier wird massiv eingelagert. Das ist ja unfassbar. Okay. Wie viel, wie viel Leu... Wo sind die Bauarbeiter? Gemeindearbeiter. Okay. Bauarbeiter. Da sind sie. Die Bauarbeiter kommen unter noch... Unter den Festplan. Also, alles ist ab da. Da wird ein Bauarbeiter eingesetzt. So, zwei. Nochmal eine Ebene hoch. Gut. Können wir jetzt mehr Steuern verlangen? Ja. Errichten sie weitere Tavernen. Oh Gott, Mensch. Tavernen. 15. Oh, 15. Ja. Passt mir jetzt nicht so ins Konzept, hm? Mit den Tavernen. Warum ist die überfüllt? Ja gut, dann bauen wir halt hier noch eine her. Aber mir wäre es wichtiger, wenn die ja hier mal ein bisschen was vorankommt. So, vielleicht ein Haus noch. Das wäre noch toll. So. Und jetzt bauen wir halt hier wirklich Balliste drauf. Und links und rechts davon nochmal Bogenschütztuch. Schauen wir mal. Okay, Anzeigen. Berufspriorität. Ab da drauf. Wow, der kommt hier rein. Was? Wo sind die Bogenschützen? Da oben. Okay, die sind auf Platz 1. So. Alter Späte, das ist ja gemein. Arbeiter, kein Personal. Und die Wikinger, jetzt kommen sie. Von da. Ach du Schande. Ach du Schande. Oh, sind das viele. Oh, die plündern aber massiv. Ach du Scheiße. Kann ich nur einen ausbilden? Oh, holy moly. Ich glaube, das war's, oder? Alter Schwede. 13 Jahre. Hm. Ja. 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 Der Händler, der bringt uns natürlich auch wieder ein bisschen Reichtum, möglicherweise. Und ja, die Siedlung wächst und gedeiht. Und bis dahin würde ich sagen, habt ihr eine schöne Zeit, lasst es sich gut gehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Zwerg. Auf Zwerg. Ciao. Ciao. 19